Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose, tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen, ansonsten bleibt schön sportlich fair, vielleicht hat der eine oder andere den Trailer zur zweiten Liga erwartet, der kommt am Sonntagmorgen irgendwann, naja ansonsten bleibt sportlich fair und los geht's mit Bremen gegen Köln. In einem Blitzturnier, wo auch noch der Osnabrücker VfL beteiligt war, sollte es dann am Samstagnachmittag zwischen Bremen und Köln zum Bundesliga-Duell kommen, einmal 60 Minuten bitte und ab dafür. Der SVW hier von Beginn an spielbestimmend und Finn Bartels dann in der Frühphase auch mit einer ersten Möglichkeit, aber kein Problem für Horn diesen zu schwach geschossenen Ball abzuwehren. Nun aber auch der FC mit Offensivbemühungen, konnte dann aber wiederum in starke Gegenangriffe führen. Starker Ball von Rashica zu Bartels, der bleibt hier auf den Beinen und bringt dann die Flanke auf den zweiten Pfosten, da ist Nourik Sahin, der den Ball aber auf seinen schwächen rechten Fuß bekommt und den dann nicht mehr auf den Kasten von Horn gezogen bekommt. Nun wieder der 1. FC Köln mit einer offensiven Bemühung über die rechte Seite, Höger ist mit dabei, hilft aus. Dann diese Flanke, Modest kann den Ball festmachen, Schmitz, Modest, Schmitz und Pavlenka hält den Ball fest. Und im Gegenzug dann diese Konteraktion, Klaassen, das sind wirklich überragende Bälle in die Schnittstelle, Bartels mit der Flanke und Kevin Möwald nickt ein. Sehr gut gemacht und das war dann in der 55. Minute auch die Entscheidung. Danach passierte nichts mehr, die Stunde wurde erfolgreich zu Ende geführt für die Bremer durch Kevin Möwald und das geht so im Überblick dann auch in Ordnung. Borussia Mönchengladbach testete gegen Rayo Vallecano Absteiger aus der Premierer Division, also jetzt einen spanischen Zweitligist. Und die in schwarz gekleideten Gladbacher wollten von Beginn an zeigen, in welcher Liga sie spielen, nämlich erste Bundesliga. Und den Klassenunterschied konnte man dann von der Frühphase an auch schon sehen, auch wenn dieser Schuss von Zaccaria hier nicht wirklich gefährlich wird, sah man die offensive Qualität bei den Fohlen sofort. Aber auch in der Defensive stimmt noch nicht ganz alles bei den Gladbachern. Dieser Ballgewinn auf der linken Außenbahn führte zur ersten Möglichkeit, dann auch für die Spanier, auch wenn der nicht wirklich gefährlich wurde. Immerhin mal eine offensive Annäherung von den hellblau gekleideten Gästen hier am Sportplatz Birkenmoos. Und nun die nächste Chance, zumindest so halb. Kramer steht dazwischen und verhindert Schlimmeres, dass dieser Ball hier auf den Kasten geht. Aber ansonsten hätte da Tobias Sippel auch gelauert. Das stand dann nach 45 Minuten auch so weiterhin fest. Kein Gegentor für Gladbach, aber auch kein eigenes geschossenes Tor. Nach guter Anfangsphase zog man sich etwas zurück und leistete relativ wenig für die Torchancen. Und weiterhin Rajo Valecano nicht die schlechtere Mannschaft. BB und dann Sippel mit der Parade. Das wurde auch jetzt allerhöchste Zeit, mal wieder aufzuwachen. Sippel mit dieser Parade sollte als Initialzündung gelten. Doch weiterhin Rajo Valecano. Wieder BB. Und jetzt mit dem Balance Aluminium. Ganz knappe Geschichte und ein Ritt auf der Rasierklinge für Borussia Mönchengladbach. In der Schlussphase kamen sie jetzt aber nochmal. Italiano zu Jonas Hofmann. Herrmann, Italiano und dann nochmal ein Abschluss. Aber es sollte nichts mehr werden mit dem Siegtreffer. Wäre auch nicht verdient gewesen. Man merkt bei Gladbach, dass noch Luft nach oben ist. In Ansätzen konnte man die Qualität durchaus sehen. Aber wie gesagt, da müssen sie sich noch steigern. Rajo Valecano aber auch über 90 Minuten hinweg mit einem sehr konzentrierten und guten Auftritt. Der 1. FC Nürnberg testete also nach Dynamo Dresden ebenfalls gegen Paris Saint-Germain. Und die Dresdner Wunder mit einer richtig dicken Packung im Rudolf-Habi-Stadion zurückgelassen. Und so drohte es auch hier dem FC Nürnberg zu ergehen. Ander Herrera in der 8. Spielminute bereits mit dem 1 zu 0. Da kann sich Martenia strecken, wie er möchte. Da kommt er nie im Leben ran. Der ist perfekt reingedreht. Aber der Klub versteifte sich nicht nur auf die Defensive. Das ist Nicola Dovedan. Zieht den Ball nochmal zurück. Und Jäger mit dem Abschluss. Aber Areola hat keine Probleme, den Ball hier festzuhalten. Aber PSG noch nicht fehlerlos. Missijan, Ishak weitergeleitet zu Dovedan. Sehr guter Abschluss. Aber dann schnellte auch die Fahne des Assistenten hoch. Abseits Position. Treffer hätte also nicht gezählt. Auch wenn es wirklich eine äußerst knappe Entscheidung war. Vorm Seitenwechsel nun nochmal die Franzosen. Über Julian Draxler. Der leitet zu Kylian Mbappé weiter. Und Martenia zeichnet sich aus. Sörensen kann es dann klären. Neuzugang des SSV Jan Regensburg. Passt dann auf. Gute Parade eben auch von Christian Martenia. Ander Herrera hatte in der 8. Minute das Torfestival in Anführungszeichen eröffnet. Zudem wurde es dann aber nicht. Weil Nürnberg wirklich eine gute Leistung abrief. Und dementsprechend das 0 zu 1 auch so durchaus in Ordnung. Nun aber die Elf von Thomas Tuchel wieder etwas besser nach vorne. Kylian Mbappé mit dem Abschluss. Georg Markreiter stellt sich aber zwischen Schuss und Tor. und somit keine größere Gefahr in dieser Szene. Nun die nächste offensive Annäherung der Klobara Handwerker und Nikola Dovedan. Sehr auffällig der Neuzugang des 1. FC Heidenheim. Und dann Ischak mit dem Schuss. Aber Abdou Diallo, der Ex-Dortmunder, mit dem Knie dazwischen. Weiterhin dieses knappe Resultat. Meunier mit dem weiten Ball jetzt zu Sarabia. Eine kleine Täuschung mit dem Ball. Mbappé bedankt sich und macht in der 71. Minute das 2 zu 0. So kann ich richtig dagegen stehen. Und Martini aus kurzer Distanz ohne Chance zur Reaktion. Drohte jetzt noch ein weiterer Nackenschlag. PSG nehme ich jetzt mit erhöhtem Druck in der Schlussphase. Kylian Mbappé zu Ferrati. Aber da wird dann nur das Außennetz strapaziert. Über die 90 Minuten gesehen ist dieser Sieg natürlich absolut verdient. Aber man muss sagen, der 1. FC Nürnberg hat sich auch nicht hinten eingeschanzt. Und das sollte durchaus Kraft für die Zweitligasaison geben, die dann nächste Woche beginnt. Der FC Bayern München musste in seinem ersten Testspiel gegen den FC Arsenal eine Pleite kurz vor Schluss hinnehmen. Man verlor mit 2 zu 1 in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Real Madrid mit einigen Neuzugängen. Auch die müssen sich finden. Und dennoch war es erstmal ein ganz gutes Offensivspiel. Der Madrid-Lenen. Dann dieser Fehler, der aber nicht ausgenutzt werden kann. Auch wenn Luka Jovic hier zum Abschluss kommt. Neuer hält den Ball ohne Probleme fest. Nun, weil Werde mit dem Spielantrieb über die linke Seite nimmt. Und Mendy mit. Der hat viel Platz und bringt dann die Flanke auf den ersten Pfosten. Eden Hazard kommt auch zum Kopfball. Aber der hatte zu wenig Druck. Hinter dem Ball. Der FC Bayern tat sich schwer, im ersten Durchgang nach vorne zu spielen. Thiago mal mit der Flanke aus dem Halbfeld. Wird nicht wirklich gefährlich. Dann Lewandowski, der hier den Ball aus der Luft pflückt. Coman kommt erst nicht durch. Nicht dann nochmal Coman. Aber Cavajal stellt sich gut rein und verhindert Schlimmeres. Sodass Keylor Navas den Ball so aufsammeln konnte. Nach 45 Minuten ein 0 zu 0. Bei den Münchnern lief nach vorne noch nicht alles gut. Aber auch der Almadrid hatte noch ordentlich Luft nach oben. Jetzt aber im zweiten Durchgang der FC Bayern München deutlich gefährlicher. Und auch die bessere Mannschaft. Über Thiago und Javi Martinez ging es dann nach vorne. Im Zusammenspiel mit Tolisso und wieder Thiago. Schöne Körpertäuschung Tolisso dann aus der zweiten Reihe. Aber da stellt sich Nacho rein. Und kann den Ball mit der Hüfte noch gerade so abwehren. Ansonsten wäre es für Navas sehr gefährlich geworden. Doch die Elf von Niko Kovac konnte jetzt im zweiten Durchgang wirklich gefallen. Tolisso und Thiago. Wieder Lewandowski. Überragender Ball auf die linke Außenbahn. Zu Kingsley Kommandor ist die Flanke. Und wieder Tolisso. Es war zum Verzweifeln. Jetzt gab es wirklich viele Möglichkeiten für den deutschen Rekordmeister. Aber es sollte noch keiner den Weg ins Tor finden. Lewandowski, Thiago wieder zu Lewandowski und wieder Keylor Navas. Noch eine knappe Viertelstunde auf der Uhr. Bei einem Remis würde es direkt in ein Elfmeterschießen gehen. Nun Real Madrid das erste Mal mit einer offensiven Annäherung im zweiten Durchgang. Wir sind schon in der 84. Minute. Und da nimmt Mondi diese Flanke nicht optimal eigentlich mit. Aber Neuer kriegt den Ball nicht geklärt. Auch eine undankbare Situation. Aber das muss er anders klären. Und dann steht Federico Valverde genau richtig. Und schießt das Ding ein. Aber nochmal die Bayern. Sie wollten hier einfach nicht verlieren. Sie stempen sich dagegen. Und hätten das Remis auch mindestens verdient gehabt nach 90 Minuten. Doch Corantan Toulisto vergibt zum nächsten Mal. Am Ende stehen im zweiten Durchgang alleine 8 zu 1 Torschüsse. Und das Tor fiel aber auf Seiten der Madrilenen. Sie verlieren also mit 0 zu 1 die Bayern. Und unglücklicher hätte es alles in allem nicht laufen können. Jo Leute, das war es dann auch wieder mit der Prognose. Wenn ihr Bayern-Fans seid, nehmt das Resultat nicht so auf die schwere Schulter. Kann immer mal passieren. Tippt immer gerne mit in den Kommentaren. Das war es. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.